Und eins noch klargestellt, für die nächsten Tage und Wochen wird es mein letzter YouTube-Talk sein. Ich will nicht so viel Speierkapazität und Internetgut haben, ich habe so viel geredet. Mein letzter Talk, ich will auch, dass mir das neue Jungfrau Kleinkind Jackson, die 16-Gustücke, auch ab und zu sagt Hallo und Tschüss oder auch Daniela vom Restaurant Grill Rostil Iki oder auch Angela Kostic oder auch Manuela von der Sachwaterschaft Kanzlei Petra, egal, egal, wie. Ich brauche diesen Typ von Frauen, weil einfach ich auf Jungfrau stehe. Die alten Frauen sind gut für Gespräche ab und zu, aber ablehnen und zusagen den anderen. Die Namen habe ich genannt und mein Name ist Transe, She, Ladyboy, Ladyboy, She, Mel, Ladywoman, Tomislava, Girlboy, Damenherr, Tomislav Parisik oder auch Parisik.